Musik Dantier domenio almoet i mange campionacchi dal mondo dei schi alpini a Cortina Ibaldi angmossi bello attira desidi la prima gara deakalano yukotanian ampezz I samme kalenchen do atlec ladinsa la pert I de Sogü jo darunze pa l'ultima gara pa l'ultima gara pa l'slalom da jei ai vintende fora Contronto tani e Manfred Mölk dal plan undai maiu sech perc dei campionacchi dal mondo dei schi A Cortina saralla la pert por le nonno iade A demostrazione della sua gran qualità di atleta e della sua gran forza d'orentedo A svei fatta me da senda da nyan kang nan Iolana sui tre c'hiamo buonissimi risultati della Coppa del Mond Desco due ottavi posti tra i ultimi due schi aloms di Chamonix e Schladming Dott'Aurella è in tre c'hiamo il mio schi alomista azzurro Iporchelle definisce la stampa specializzata in ce Capitan Mondiale Capitan Mondiale io magari c'è chi ne ha fatto in tre c'ho Io andiamo a fare il Mondiale con la Cortina a Teciasa E se chi può dire Teciasa c'è chi è veramente da nostra vallada io E mi sono forti E tre valli di speciale regia mondiale E adesso sono pronti per magari ci sia da vallare Manfred Mölk tollo cagione per Sergini e Capolitos Ma con tutte le possibilità di averte in una buona porzione di ambizione personala Lui c'è la medaglia d'oro che la mangiare O che la mangiare Però mi sono detto che è sempre a Ponsi e Calpor C'è un'altra forma di amici di più E' un'altra forma di amici di più Però mi sono detto che l'altra forma è crescendo in crescita Es ist wichtig, dass die Riga der Riga der Riga aufzunehmen ist. Wir haben die Möglichkeit, die Riga zu trainieren. Ich hoffe, dass es ein Vorteil ist. Ich kann es nicht mehr, sondern wir können die Riga aufzunehmen. Aber ich kann es helfen, dass die Riga der Riga aufzunehmen, dass es eine Riga aufzunehmen und die Riga aufzunehmen. Ich bin der Moment der Sensen-Ester, aber ich bin überzeugt, dass ich mich sehr gut fühle, und ich weiß, dass ich mit der gleichen Gelegenheit bin, dass ich mit der gleichen Gelegenheit bin bin. Ich möchte, dass ich diese Fiduze bin, dass ich mich wirklich stärker fühle, dass ich mich sehr stärker fühle, und ich möchte, dass ich mit dem Ziel erheben bin. Die Gefahrung von seinen Kollegen hat Stefano Gross Wenn der Tag ein Tag über die Zeit verfolgt, dann wird das Spiel verfolgt, und die Füße verfolgt. Der Spezialist der Schlalom wird, bis zum nächsten Tag des Spiels. Aber jetzt sind wir in der Zeit die Emotionen von der Mondial in der Lade. Der Mondial in der Lade ist immer noch mehr. Wir sind immer noch ein bisschen. Wir sind immer noch ein bisschen. Wir werden uns auch ein großes Ergebnis machen. Das ist der Objekt. Aus einer dieser Krise wird Alex finanziert. Er hat sich in der ganzen Welt eine sensationelle Angelegenheit. Mit einem 4. ist der 3. und er sieht, dass er in der Nähe der Schuhe ist. Aber er kann sich die Blätter roten. Der Kater ist in der Lattere, er hat sich nicht gewählt für die zweite Mannschaft. Er hat sich gewohnt, und er hat sich gewohnt. Er hat sich gewohnt, und er hat sich gewohnt. Er hat sich versucht, dass er nach unten geht. im Ausland, in Taubach und in Texijs. Die sehr gute Sensation sind im großen Event. Es ist sehr gut, dass wir in der Genephase nicht mehr in den Kieler oder in der Kieler sind, aber ich glaube, dass wir in der Kieler treten können, dass wir die Kieler, die Schrauben nicht mehr so gut sind. Ich glaube, dass wir in der Kieler sind, dass wir in der Kieler sind. Die Gerdena sind die größte Zunehmens, die die Kollegen mehr sehen, Das ist eine gute Motivation für das Training. Sie sind ein paar Kollegen der Schuhe und die Konkurrenten. Sie sind drei Leute, die der Welt in Teche hat. Eine nur für Deutschland. Ich bin ein ganzes Motivation für den Sport. Wir sind bereit für die Welt. Ich glaube, dass wir das gut haben. Aber ich glaube, dass es eine schöne Motivation für das Training ist. und einfach schottkneiden und schottkneiden, als auch für die anderen, aber auch für eine unige Sache. Die Welt der Welt ist in der Säbe der E-30-Fahrer. Er hat mehr als 10.000 Punkte für die Welt in den Weltkrieg. Ivan Nagler ist der Longe-Rü, der neue Kampion des Weltkrieges der E-23-Fahrer-Artifiziale. Der Königsee hat den Kösz, ein wichtiges Titel, der Doppel mit Fabian Malayer. Die anderen Ergebnisse der Disziplinen des Valiers sind in unserer Sprache-Sport-Kompatt. Bei dem Gigant Parallel von Brea, in Sabe, mit der Russland, Mirko Felicetti kommt der 3er Post. Nachdem die Läge von Chaza monopoliert die Finale, die Moena legiert die Finale gegen Edwin Koratti gegen Langtaufer. Daniele Bagotza, Snowboarder der Ortiger, hat Rotendate in der Mange, hat die Russland in der Präparation mit der Coppa des Monds in Bannoye gespielt. Mit der Mangelröhe Masse der Grote in der Porte, er schütte die Zettel in der Malle. Seinemeser Alp als Seppur Almanco-Triedemes, ich hoffe, dass er in der Präparation aufbauen kann, dass er die Kampionat des Monds in Rogla und in der Slowenien im März in der Nähe. Bei der Coppa des Monds des Skeletons in der Ende des Gena, Matthias Gaspari eröffnet die CDG in der Poste, die in den Sekunden 42-jährigen Städte des Präparationen, der Russland Alexander Tretiakov. Bei der Boppa des Zeres, die Anna Schenk de Gardena, die Berlade der Piloten von Andreutti, hat die 17. in der Nähe, die Coppa des Monds in der Spröck. Bei der Coppa des Monds Freestyle in Kreisberg, Spezialität Big Air, bei Silvia Bertagna und Ortigei eröffnet in der 4. Poste, in der Gare der Svizzera Giulia Tanno. Ralph Welpone und Ortigei in der Nähe, in der Nähe der Finale. Sie sind sehr glücklich mit der CDG in der Poste Finale. In der Russland, Lara und Jessica Malsiner, eröffnet in der Poste, von TTC Neustadt in der ganzen Stadt. Dertanke Jessica eröffnet in der 20. und Lara eröffnet in der 25. in der Montage. Entschuldige waren wir unter den Erwartungen. In der 2. Poste, der Italiener Unter 23, mit den Spelz, Giorgia Felicetti, eröffnet zwei Medaillen für die Coppa des Monds und der Alpinismus, in der Schweiz, in den Prüms des Vorrains. In der letzten Endes, eröffnet in der 2. U23, in der Tappe der Coppa des Monds, in Flan, in der Franck. In dieser Stelle, viele Juniere Unter 23, der Unter 23, in der Norden. In der 4. In der 8. in der Finnland, eröffnet für die Medaillen, in der Nürnberg, in der Norden und der Salt. In der letzten Endes, in der Nürnberg, Giovanni Ticot und Alessandro Kiochetti, in der Nürnberg, in der Nürnberg, Daniela De Jori, Elena Prinot, in der Salt, Jessica Malsiner, Daniel Moroder und Mattia Gagliani, 25, in der Gerdena. In der 1. Irene Larchneider, eröffnet in der 1. und eröffnet in der Welt, eröffnet in der Biathlon-Kampionate von 10 bis 20, in der Sloven. In der Zeit, die Azzurra, eröffnet in der Welt, von 10 Athleten und Athleten. Eröffnet in der Welt, den von der Gäste, den Siegarten, von der Medaille, von der Betriebside, und der Spieler, die Jäuern, eröffnet in anderen Disziplinen. Eine dieser sind, die Skicross, der Zentrum des Landerschap-Taxi X-Cross, der Zentrum des Landerschap-Taxi X-Cross. Sie wissen, wie in London ist das Fertig, dass die Leitungen auf die Leitungen gesaalte. Die Jäuern werden die Jäuern die Kategorie des Mittags U-Sedes. Die Kategorie des Skiklub Gerdena hat Romanege drei Posten mit vier Athleten gespielt. Die größte Welt des Ds ist Laila Peratonner, der Ex-National-De-Libre Werner Peratonner. Hier ist die Ausflugung der Pückel. Ich habe die Gefahrung von 39. Ich habe die Französische Karte, die ich hier schiebe, die ich hier in der Schule und auch zwei Karte, ohne Probleme. Es ist ein guter Tag. Sie haben sich die Situation in der Kurschreie. In der Kurschreie ist es ein Kurschreie. Die zweite, die 200-jährige Sätein. Laila Peratonner, die seine Kumpanier der VIRGINIA-KOSTA ist. Die zweite, die Kurschreie ist wieder einmalig, Maria Denardin, die eher glücklich sind. Es ist gut. Aber ich wusste, dass sich die Kurschreie noch nicht mehr so schwer ist. Die Kurschreie ist etwas besser. Aber ich bin gut. Sie sind sehr gut mit dem Terziger? Ja, hier. Wir sind in der Spitze und sind sehr glücklich mit der Bühne. Wie ist diese Disziplin? Wir sind sehr gut. Wir sind sehr gut. Wir sind sehr gut, dass wir in der Mitte sind. Die Bühne hat Ritter-Granroatze, die vielen Athleten zu tun, die sie noch nicht mehr an der Gideboten sind. Die Schicross, die Sie, haben ihre Probleme, die sich in den 14.000 Euro verletzt. Die meisten haben die anderen Garten mehr. Wir sind sehr gut. Ich bin hier und bin auf dem Strand, auf dem Pläsch da. Und ja, ja. Ich bin nicht mehr, sondern ich bin nicht mehr. Bei Mitungs, wo ist Elias Scherer, der Montessuch, der größte Welt, mit einem Topp von 38,40? Nicht nur mit Sekunden, sondern ich habe Mike Riffeser aus dem Skiclub Gardena, der sich in der Seconde Post auf der Lugend. Für ihn sind die Skicross in Bungalena-Mont. Ich bin nicht mehr. 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 Max Klara, der Plan de Mareo, der Atlet des Skic-Team des Planen Korones, hat sich seit einem Sekunden im Moment, hat eine Disziplin nicht mehr als seine Charakteristik. Max ist guter. Er ist guter. Er ist guter. Er ist guter. Ich habe es guter. Von den ersten drei Wahlen verletzt wurden diese Wahlen die guter rubberen. Und die letzten zwei wurden noch guter Verbunden. Ich bin sehr froh. Für die Schicht im Altabadier und die Speranz-Methoden sind Marc Kastlunger, wenn sie die Schlalom aus dem Raiffeisen-Gran-Prix haben. Für ihn ist diese Disziplina nicht mehr so, dass er sich nicht mehr entschuldigt. Marc ist mehr in der Technik im Angriff der Welt, weil er seine Objektiv mehr als größer ist. Wir haben einen Schlalom gemacht. Wir haben einen Schlalom gemacht. und wir haben eine Möglichkeit, um einen guten Platz zu machen. Die Prämiation hat die Schicht aus der Garen, während auch 2.000 Menschen aus dem Raiffeisen. Während der Lockdown ist, wird die Schichter-Methoden machen. und die Schichter-Methoden machen. Die neue Dirk ist der Fall, die Coppa des Mondes in der Natur-Methoden ist. Die 27-Jährigen sind der Tampetts der Schritte in der Ski-Methoden. Die 20-Jährigen sind der TX-Vinion. Die 24-Jährigen sind der Schichter-Methoden. Die 24-Jährigen sind der Schichter-Methoden. Die Femmine-Speri-Methoden sind die Schichter-Methoden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.